Fett in der Presse! Ha! Bauer Röper liest. Mit Kerzenschein. Fangen wir an mit der Kreiszeitung von heute. Der direkt EW. Habt ihr den Artikel gesehen? Liest sich da irgendwie so, als würden wir unsere Kartoffeln zukaufen. Die machen wir nicht. Die bauen wir selber an. Ich zeig euch gleich mal was. Aber erstmal lesen wir weiter. Ist gestern rausgekommen. Und wir haben eben gerade bekommen. ROW Stark. Neue Ausgabe. Zufälligerweise. Irgendwo. Lässt mir nicht hoch. Sind wir auch dabei. Da. Seite 76. Geht hier auch noch weiter. Da geht's noch weiter. Das Magazin liegt an verschiedenen Stellen aus. Unter anderem auch bei uns. Ich zeig euch das mal schnell. Der Minion hat die hier auf seinem Tellertisch. Ich zeig euch das. Hier. Ja. Nehmt euch gerne was mit. Ähm. Und blätter uns mal ruhig. Genau hier baut der großartige Sparger Björn gerade die Fliesen an die Wand. Für unseren Produktionsraum. Dein Au. Dein Au. Dein Au.